In der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin, sagt man, die Leber öffnet sich in die Augen. Das ist ein Zusammenhang, der sehr interessant ist, finde ich. Das heißt nämlich, dass der Zustand deiner Augen einiges über deine Leber aussagen. Wie gesagt, aus Sicht der TCM. Und ich möchte heute einfach den Zusammenhang zeigen mit den anderen Organen auch. Das heißt, es gibt in der TCM die fünf Organe, die fünf Hauptorgane, also die Leber, die Milz, die Lunge, die Nieren und das Herz. Und jedes von denen ist mit einem bestimmten Sinnesorgan verbunden. Und das ist total interessant für die Diagnose nach TCM. Das heißt, heute möchte ich dir einfach ein paar Tipps geben für deine Selbstdiagnose, wo du selber mal schauen kannst, okay, da erkenne ich mich wieder, zum Beispiel, ich habe immer wieder Probleme mit den Augen. Könnte das heißen, dass auch aus Sicht der TCM meine Leber nicht ganz im Gleichgewicht ist. Und also möchte ich dir einfach heute ein paar Hinweise geben, die du bei dir anschauen kannst. Und zwar, das erste ist, wir fangen gleich mit der Leber an, die Leber öffnet sich in die Augen. Das heißt, wenn zum Beispiel du immer wieder trockene Augen hast oder auch tränende Augen, solltest du nach TCM dein Leberblut stärken. Zum Beispiel mit mehr grünem Gemüse. Es gibt natürlich noch ganz viele Ernährungstipps mehr für die Leber und die anderen Organe. Heute möchte ich dir nur so ein paar Tipps mitgeben, sonst wird das Video einfach zu lang. Das heißt, trockene Augen, Leberblut stärken. Und wenn sie zum Beispiel immer gerötet sind, rote Augen, gereizte Augen, würden auf eine Hitze in der Leber hindeuten. Die kann zum Beispiel von zu viel scharfen Gewürzen kommen oder auch zu viel Kaffee oder auch von zu viel Stress. Und da heißt es dann, die Leber zu kühlen. Zum Beispiel ebenfalls mit mehr grünem Gemüse und weniger Fleisch zum Beispiel. Ein paar kühlenden Tees wie Löwenzahntees und so weiter. Dann schauen wir uns als nächstes die Milz an. Die Milz öffnet sich in den Mund und zeigt sich in den Lippen. Das heißt, schau dir mal deinen Mund an. Ein großer Mund zum Beispiel mit breiten Lippen würde nach TCM ein Zeichen sein, auch für eine starke Verdauungskraft, weil die Milz für die Verdauung steht in der TCM. Ein kleiner, zarter Mund hingegen könnte ein Zeichen sein, dass dieser Mensch eher eine schwächere Verdauung hat. Das sind natürlich nur Tendenzen. Und bei den Lippen kann man eben schauen, zum Beispiel, wenn die Lippen immer wieder trocken sind oder rissig, dann könnte es sein, dass dein Magen auch zu trocken ist und es einfach mehr saftig essen muss. Das heißt, für den Magen, wenn der Magen trocken ist, zum Beispiel mit trockenen Lippen oder auch bei Gastritis, dann hilft es nicht nur, mehr zu trinken, mehr Wasser zu trinken, das ist natürlich auch wichtig, sondern wirklich mehr saftig zu essen. Das heißt, gekochtes Gemüse, Suppen, Eintöpfe, ein Apfelkombott, mehr Soßen machen zum Essen und so weiter. Dann, bei den Lippen noch ein interessantes Thema ist zum Beispiel eine geschwollene Unterlippe. Da sieht man auch manchmal, dass die Unterlippe breiter und so geschwollen ist und ein bisschen vorsteht. Das würde nach DCM zeigen, dass zu viel Feuchtigkeit in der Verdauung, wiederum in der Milz ist. Und da müsste man schauen, dass man Feuchtigkeit ausleitet, zum Beispiel, indem man Milchprodukte, Zucker und Mehl reduziert und mehr trocknete Zutaten wie gekochte Karotten, Reis etc. verwendet. Das dritte Organ, das wir uns heute anschauen, sind die Nieren. Die Nieren öffnen sich in die Ohren. Wie schauen deine Ohren aus? Das heißt, auch hier wieder, wenn du große, kräftige Ohren von der Natur oder von deinen Eltern mitbekommen hast, dann zeigt das nach DCM auch eine starke Nierenenergie. Ist also was Gutes, große, starke Ohren nach DCM. Kleine, eher weiche Ohren zum Beispiel zeigen eine schwächere Nierenenergie. Das ist nicht schlimm, das heißt einfach nur, okay, da muss ich ein bisschen besser auf meine Nieren aufpassen. Zum Beispiel, indem ich auf den Schlaf achte. Für die Nieren ist der Schlaf total wichtig. Also weit vor Mitternacht ins Bett gehen am besten und regelmäßig schlafen. Und ja, sonst bei den Ohren kann man natürlich auf Dinge schauen wie Tinnitus, Schwerhörigkeit. Auch die zeigen einen Mangel an der Nierenenergie. Zum Beispiel einen Nieren-Yin-Mangel oder einen Nieren-Yang-Mangel. Je nachdem gibt es entsprechende Tipps. Aber der Schlaf zum Beispiel ist für die Nieren schon mal ganz wichtig. Und natürlich auch regelmäßig vorwiegend gekocht essen, so wie immer in der DCM. Und dann gibt es bestimmte Nahrungsmittel, die die Nieren speziell stärken. Wie zum Beispiel Miso-Paste, Algen, aber auch schwarzer Sesam, andere Samen und Nüsse stärken die Nieren. Oder auch Hülsenfrüchte, also Linsen, Bohnen etc. Dann, das nächste Organ ist das Herz. Das Herz öffnet sich in die Zunge. Das heißt, zum Beispiel, wenn die Zunge sehr stark gerötet ist, vor allem die vorderste Spitze, die gehört nämlich auch speziell noch zum Herzen bei der Zungendiagnose, stark gerötete Zunge zeigt eine Hitze im Herzen. Und das kann zum Beispiel kommen von zu viel Stress, Aufregung, auch wenn man frisch verliebt ist. Das heißt, das Herz ist ja für die Emotionen auch sehr empfänglich und beeinflussbar davon. Aber auch hier wieder von zu viel scharfen Gewürzen, zu viel erhitzenden Zutaten, wie zum Beispiel, wenn du viel Ingwertee trinkst, kann es auch eine Herzhitze auslösen. Und Aphthen, vielleicht kennst du das, das sind so kleine entzündete Bläschen auf der Zunge, die würden auch eine Herzhitze zeigen. Zur Zunge gehört aber auch die Sprache. Zum Beispiel, wenn du dazu neigst, sehr schnell zu sprechen, würde das auch auf eine Herzhitze hindeuten. Wenn du hingegen nicht so gern sprichst und schnell müde wirst vom Sprechen, würde das einen Herz-Gi-Mangel bedeuten. So, das war das Herz. Dann fehlt uns noch die Lunge. Die Lunge öffnet sich in die Nase. Das, finde ich, ist jetzt vom westlichen Standpunkt her oder von der westlichen Sichtweise her der verständlichste Zusammenhang. Das heißt, klar, wenn wir verkühlt sind, wenn die Lunge verschleimt ist, dann ist auch die Nase verschleimt. Wenn die Lunge zu trocken ist, dann ist die Nase trocken. Das heißt, ja, da siehst du, ob in der Lunge eben zu viel Feuchtigkeit ist, wenn du eben verschleimt bist, wenn die Nase verstopft ist, aber auch wenn die Nase rinnt. Und du siehst eben auch, wenn die Lunge zu trocken ist, wenn die Nase trocken ist, die Schleimhäute trocken sind in der Nase, dann solltest du auch hier wieder mehr saftig essen. Die Lunge kann man auch mit bestimmten Tees unterstützen, zum Beispiel das Lungen-Yin, also wenn die Lunge zu trocken ist, mit einem Ei-Bisch-Wurzel-Tee und so weiter. Und ja, der Geruchssinn gehört da auch dazu. Und das ist eben noch ein Zusammenhang. Die Lunge öffnet sich in die Nase. Das waren die fünf Organe und ihr Zusammenhang mit den Sinnesorganen. Ich hoffe, du kannst wieder ein bisschen was davon für dich mitnehmen und schauen, aha, was bin ich für ein Typ, vielleicht sollte ich mehr auf meine Leber achten oder mehr auf meine Nieren. Dazu findest du auf meinem Blog ganz viele Tipps, wenn du auf ernährungsberatung-wien.at gehst und dort auf dem Blog und dort im Suchfenster einfach eingibst, zum Beispiel Lunge, bekommst du ganz viele Tipps für die Lunge oder die Leber und so weiter. Ich habe auch Bücher dazu geschrieben, das findest du im Shop auf meiner Webseite. Und wenn du ganz tief eintauchen willst mit meiner Unterstützung in die TCM Ernährung und deine ideale Ernährung finden willst, Schritt für Schritt, dann komm doch gerne in mein Online-Programm Trust Your Body. Finde deine typgerechte Ernährung nach TCM. Du kannst jederzeit starten, es dauert drei Monate und den Link blende ich auch in für alle Infos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.